Was Sie von allen anderen abhebt, ist Selbstvertrauen, selbst in 100 Metern Höhe. Was den neuen MSA V-Guard H1 von allen anderen Helmen für Arbeiten in der Höhe abhebt, sind gut 100 Jahre Erfahrung in Sachen Sicherheit. Das Design des H1 wurde unter kritischem Publikum und für herausfordernde Einsätze entwickelt, geprüft und optimiert. Jede Bewegung von Ihnen hat die Designentscheidung beeinflusst. Wenn Sie hochschauen, bleibt der V-Guard H1 positionssicher und im Gleichgewicht. Bleiben Sie in jeder Situation kühl und komfortabel. Dank schwenkbarer Innenausstattung, Hartschaumstoff in der Helmschale und hochwertigem Schweißband. Und extra Zubehör ist keine extra Belastung. Der neue Schutzhelm V-Guard H1 von MSA. Sagen Sie dazu nicht Kletterhelm. Das ist kein Hobby. Das ist kein Nervenkitzel. Sie sind aus gutem Grund hier. Und Sie verdienen einen Helm von einem Unternehmen, dem die Sicherheit so wichtig ist wie Ihnen Ihre Arbeit.